kurs ein besuchen das ist ja nur klar ist auch noch abseits oder was hier reklamiert noch einer abseits doch egal, keinen Trickshot! Warum? Ich hab's verloren, weil mein T-Mate versucht hat, einen Trickshot zu machen! Das soll ich nicht lernen? Egal! Oh, gohatsch me, mommy, mommy. I don't know. I'm gonna play 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 play. I'm gonna play. in der reik, 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 reik. Soll ich das, was ich jetzt nicht? Ich lege das, was ich ist gut. Ich lege das, was ich jetzt? Ja, ja, ich hab das, was ich nicht. Soll ich das jetzt nicht? Ich lege das, was ich nicht? Was? Ich dachte gar nicht, ich hätte besiegt, ey. Wäre jetzt easy gewesen. Ja, er hat keinen Freakshot gemacht. Oh, da fährt der gut gewesen. AP at 30%. Light shoulder at 10%. AP at 50%. Right, come on. Enemy ACS down. They can count. Was hast du gehört? Boah. Genau, hat gerade gehört. Nein, das Pusten ins Mikrofon. Das ist doch toll. Mhm. Hat sich toll angehört. Der hat meine Waffe zerstört. Kannst du jetzt nicht mehr schießen? Zumindest nicht mehr von der rechten Schulterwaffe. Was machst du da? Ich versuche den aus der Entfernung zu besiegen. Du stehst da rum, wieso bot? Ich versuche den aus der Entfernung zu besser für mich zu erledigen. Wieso macht er nicht seine Kassenattacken? Abgesehen davon, dass er meine Waffe zerstört hat. Ich habe mich zerstört. Ich habe mich zerstört. Ich habe mich tatsächlich zerstört. Was? Das ist doch von der Entfernung einfach. Das wäre ja jetzt ein bisschen easy gewesen. Und jetzt kommt jemand und gibt dir Karma. So von hinten so. Ja, ich weiß nicht. Also. Dass ich den einfach so von der Entfernung zerstöre, ohne dass er da seine krassen Attacken macht. Außer, dass er meine Schulterwaffe zerstört hat. Hätte ich jetzt so nicht mit gerechnet. Muss ich das jetzt mal so sagen. Dann schauen wir mal, was hier noch so ist. Jetzt kann ich hier die ganzen Konvois hier zerstören. Ich. 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 Schon via die selbe Werbung. Ich. Das ist dein. Das ist dein. Aber machen sollte. Mach ich auch so. Geil. Das ist dann. Mission abgeschlossen. Ach das ist mission ich dachte es wäre bettel. Battle Royal . Nein. Sehr langweilig. Aber einen. Ist das online ? Nein. Nein. Ah, weiß ich nicht. Wo will ich überhaupt hin? Noch sind wir in der Zone. Ich kann mich da oben bei der Box bleiben. Ja komm, warum nicht? Hm, schlecht. Kann ich mitnehmen, wenn du kommst. Ich kann erst mal direkt hier auf die Burg verschwenden. Kann man da irgendwie hoch? Ja, hier drüber. Ganz unten wird schwierig, ne? Haben die schon eine halbe Wand gesprengt? Wir haben halt so viel gutes Loot liegen gelassen, aber wir haben halt alle schon. Ja, richtig. Eine andere Runde würdest du nicht bekommen. Oh, von der Rennbahn. Das macht keinen Sinn. In so einem Back haben wir keine Chance. Leider ein bisschen das schlechte Gefühl bei denen. Einer hat schon noch. Der andere hat einen Hunderter. Da oben drin. Kannst du da vielleicht... Ich versuch's mal. Ich weiß nicht, ob ich soweit komme. Nein, da komme ich nicht. Einer lag. Na gut. Die hier, da ist noch ein Tampfer. 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 Kannst du gegen die Wand schießen? Ich komm nicht so weit. Ja, mit meinem Nebending. Einer noch. sehr gut ich hielt sich die ganze Zeit wieder hoch nein kann das nicht sein, ich sehe seine Stirn aber ja die müssen ja zu uns kommen hast du ne Sniper wohl nicht? hab ich tatsächlich oder? doch ja das ist sehr gut ok ich glaube wir haben jetzt ein bisschen Angst bekommen ist gut aber die kommen wahrscheinlich über die Seite ja 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 ist der da oben rauf? nee der läuft hier unten läuft der rum ich weiß nicht bin mir so unsicher ob ich jetzt foschen soll ja was müssen wir machen Der Snog. Ich hab ihn. Beide weg. Sniper ist es einfach, ich sag's dir. Jetzt will ich meinen Koffer jetzt mal wiederholen. Verdammt, die Zone. Da komm ich nicht mehr dran in meinen Koffer, verdammt. Ist ja nur ein Team da. Ja, da hinten. Also einen hab ich auf jeden Fall gesehen. Da. Beide. Ah, der Boom-Bogen. Muss noch ein bisschen abfressen. Ich hab einen Knack. Gespielt wie ein Profi. Da. 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 Ich weiß nicht, wo er gerade ist. Der war unter mir im Haus. Unter dir? Ja. Jawoll, episch. So ein Ding. Sehr wichtig. Ja, definitiv. Hallo Leute, hier ist der MC Rossi Fanshop. Hier gibt es vieles von euren Lieblings-Streamer und Content-Creator. T-Shirts, Turnbeutel, Hoodies und vieles, vieles mehr. Geht auf den Link in der Videobeschreibung und holt euch eure Produkte. Hier gibt es jede Menge. Schaut es euch an und kauft fleißig ein. MC Rossi Shop. Alles, was ihr braucht.